Vielen Dank an Rainer für die Einführung und einleitenden Worte. Thema des jetzigen Webinars ist Conversational Marketing und ich werde Ihnen neue Richtungen und Ansätze zeigen, wie sich der Customer Service in Zukunft verändern wird. Ja, mein Name ist Christoph Häusler, ich bin Key Account Berater bei iAdvice und freue mich Ihnen in den nächsten 20 Minuten circa unsere Präsentation vorzustellen. Ja, wenn man an Kundenservice denkt, ist oft die Assoziation mit Kosten und dem Kostenfaktor und es gibt viele sehr negative Aspekte, die mit dem Kundenservice behaftet sind. Das ist das Beschwerdemanagement, die Wartezeit, kostenpflichtige Hotlines, Warteschleifen, Callcenter, Antwortprotokolle, Textbausteine, etc. Das Thema ist doch sehr negativ besetzt und ja, Kunden sind nicht immer happy, wenn es heißt, wende dich an unser Servicecenter und unseren Kundenservice. Und wir mit iAdvice sagen, dass das neue Marketing tatsächlich die Konversation im Fokus hat. Das heißt, das Gespräch zwischen Marke, Konsument und Interessent ist entscheidend und wir definieren das ganze Thema als Conversational Marketing. Es geht darum, dass Sie eine persönliche Beziehung herstellen, die natürlich Kundenloyalität schafft zwischen Ihrem Unternehmen und Interessenten und Kunden, aber auch gibt es ein großes Potenzial, dass Sie sich stark differenzieren können mit gutem Service. Das ist ein wichtiger Aspekt, der auch den Druck nimmt, immer über den Preis gehen zu müssen, sondern eine angenehme, gute Service-Erfahrung ist ein starkes Differenzierungsmerkmal. Auch ein ganz wichtiger Aspekt ist die Konversionsrate, die man direkt beeinflussen kann, indem man online im richtigen Moment der Customer Journey Hilfe und Beratung anbietet. Ja, einmal bezugnehmend auf Ihre Kollegen oder wenn Sie selbst im Marketing tätig sind, hat sich sehr viel verändert. Es gibt große Herausforderungen, die wir sehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Online-Banner schon mal gesehen hat. Der ist quasi historisch aus dem Jahr 1994. 1994, das ist der erste Online-Banner, den die Welt gesehen hat, von dem Telekommunikationsanbieter AT&T aus den USA und der wurde 1994 kreiert und eingesetzt und hat für heute kaum vorstellbare Klickrate von 44% erreicht. Das heißt, 44 von 100 Website-Besuchern oder Online-Usern haben wirklich auf diesen ersten Banner geklickt, während sich die Klickrate über die Jahre massiv verschlechtert hat. Und 2017 liegt der Wert bei nur noch 0,06%. Das ist also vernichtend gering im Vergleich und hat sich immer weiter gen Null entwickelt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass die Nutzerzahl an Adblocker in Deutschland jährlich zugenommen hat. Es waren 2015 noch 25%, die eine solche Erweiterung des Browsers installiert und genutzt haben. 2017 sind es schon 29% geworden und das heißt, dass die Menschen aktiv dieses Werbeformat vermeiden möchten. Auf der anderen Seite gibt es Marktzahlen, die beweisen, dass das Budget für Online-Werbung dennoch wächst, jährlich mehr da rein investiert wird. Das ist interessant, weil es muss immer mehr investiert werden, um da noch einen einigermaßen guten Effekt zu erreichen, aufgrund der immens niedrigen Klickraten. Online gibt es allgemein einen großen Widerspruch. Laut ECC-Studien, ganz aktuellen Zahlen, sind grundsätzlich 27% von Website-Besuchern, Online-Shop-Besuchern interessiert, eine Transaktion und Einkauf durchzuführen. Aber im E-Commerce-Umfeld sind es durchschnittlich 4,7%, die das auch tatsächlich tun. Also da gibt es viel mehr Potenzial und es konvertieren immer noch sehr wenige im Online-Umfeld. Und da kommen wir zur Geltung. Wir sind, wie gesagt, auf die Konversation und auf den Austausch zwischen Unternehmen und Besucher oder Kunde spezialisiert und schaffen es für unsere Kunden, dass wir die Konversionsrate verzehnfachen, indem wir im richtigen Moment der Customer Journey den direkten Kontakt, sprich eine Beratung oder Hilfe mit dem Unternehmen herstellen. Ein riesiger Trend ist, wie Sie und ich, wie die allermeisten Menschen tagtäglich Facebook Messenger einsetzen, WhatsApp einsetzen, in China ist es WeChat etc. Es gibt 4 Milliarden Nutzer weltweit, die über Messaging-Kanäle täglich im Austausch sind. Und das hat nochmal sehr stark sogar die Nutzung der Social-Media-Kanäle überholt. Und die Anforderungen, die die Konsumenten und Besucher haben, sind immens. Also das heißt, man muss im Prinzip überall auf jedem Kanal zu jeder Zeit, am liebsten in Echtzeit, natürlich authentisch antworten und reagieren. Und das ist, ja, eine riesige Herausforderung. Genau dafür, weil es, ja, unzählige Kontaktmöglichkeiten gibt heutzutage und Touchpoints, haben wir eine zentrale Plattform geschaffen, die es ermöglicht, den Austausch und die Kompensation im richtigen Moment über vielzählige Kanäle anzubieten. Und neben der Technologie helfen wir sogar, dass auch der Service und die Beratung auf der anderen Seite sichergestellt werden, indem wir eine Experten-Community aufgebaut haben. Das sind begeisterte Konsumenten oder Nutzer, zum Beispiel von Elektronikartikeln. Das sind begeisterte Reisefans oder Outdoor-Sportfans, die im Namen einer Marke anderen Nutzern helfen und Beratung übernehmen, zum Beispiel abends oder am Wochenende. Da komme ich gleich nochmal näher zu. Hier mal eine Übersicht, wie iAdvice aufgestellt ist. Wir haben global fünf Offices. Ich selber sitze hier in Düsseldorf am Standort, haben weitere Kollegen in London, UK, in Madrid, in Boston, USA und gegründet wurden wir mit unserem Headquarter in Nordfrankreich. Vom Kundeneinsatz ist das sehr, sehr breit gemischt. Das heißt, es gibt vielzählige Unternehmen natürlich im Einzelhandel und E-Commerce. Es gibt aber auch Automobil-Energie-Versicherungsunternehmen, sehr viele Tourismusanbieter. Quasi alle Unternehmen haben Interesse, im Rahmen der digitalen Transformation hier eine Lösung zu schaffen. Und, ja, Messaging ist natürlich auch sehr stark über Mobilgeräte, wo Leute, ja, jederzeit Facebook Messenger, WhatsApp, so weiter nutzen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und man kann sagen, dass die Kunden mittlerweile überall sind, von sozialen Medien, über Blogs, über Google, WhatsApp, etc. gibt es zig Kanäle und aus diesem Grund haben wir eine zentrale Plattform geschaffen, die viele verschiedene Kontaktmöglichkeiten für Sie ermöglicht. Das ist einmal, dass es über Messaging, über die Webseite läuft. Das ist mittlerweile sehr bekannt als Live-Chat, der immer mehr genutzt wird. Es kann aber auch ein eingebetteter Call sein, Click-to-Call, das in bestimmten Szenarien der Webseite angeboten wird, sofortigen Telefonanruf auszulösen. Es kann genauso eine Videoberatung sein, soziale Medien, SMS oder die wichtigsten Messenger-Kanäle. Grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass man eine Strategie überlegt und genau überlegt, in welchem Kontext und wo man seine Interessenten und Kunden ansprechen möchte. Dafür haben wir eine sehr umfangreiche Targeting-Engine, mit der man beliebige Business-Regeln definieren kann, über die ein Dialog, sprich eine Konversation angeboten wird. Das kann zum Beispiel eine bestimmte Verweildauer auf einer definierten URL sein, das kann eine bestimmte Warenkorbgröße sein oder im Sales-Funnel eine bestimmte Stufe sein. Das ist sehr, sehr variabel. Insgesamt gibt es mehr als 100 Targeting-Kriterien und uns geht es darum, wo wir Sie beraten und helfen, die für Sie passende Strategie zu entwickeln, dass Sie wirklich die Menschen erreichen und ansprechen, die entsprechendes Kaufpotenzial haben und auch eine interessante Wahrscheinlichkeit, dass eine Transaktion auf Ihrer Seite ausgeführt wird. Jetzt komme ich nochmal intensiver auf einen ganz großen Trend, den ich kurz angesprochen hatte, mit dem Thema On-Demand-Experten. Wir beobachten bei unseren Kunden, dass es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten gibt, die einfach nicht bearbeitet werden können. Das liegt ja in der Natur der Sache im E-Commerce, im digitalen Umfeld, dass gerade abends, wenn die Leute viel Zeit haben nach Feierabend oder an Wochenenden und Feiertags, Traffic-Peaks vorkommen. Das heißt, da gibt es sehr viele Nutzer, die im Online-Shop unterwegs sind und dann leider nicht mehr den benötigten Rat bekommen, weil die Serviceagenten, die Berater, selber am Feierabend sind. Und so haben wir eine On-Demand-EBü-Community geschaffen mit bereits mehr als 10.000 Experten, die von uns rekrutiert werden, entsprechend dem Fokus und dem Themenschwerpunkt unserer Kunden und dann eingesetzt werden, dass diese in die proaktive Beratung in Echtzeit eingebunden werden. Diese Experten können dann mobil oder am Desktop zu definierten Zeiten Konversationen entgegennehmen und anderen Nutzern von ihrer Erfahrung berichten und denen im richtigen Moment weiterhelfen. Und das ist natürlich super flexibel skalierbar und gibt Ihnen als Unternehmen die Möglichkeit, einfach auch weitere Zeiten abzudecken, wo es Sinn macht und viel mehr Kontakte zu nutzen, die natürlich direkten Effekt haben auf Umsatz und die Qualität ihrer Beratung des Services. Das ist jetzt die Ansicht in unserer Konsole als Agent oder Berater. Da ist es so, dass es auch sehr produktiv ist, weil man sehr schnell drei Konversationen parallel betreuen kann. Ganz wichtig ist natürlich das Reporting, dass die wichtigsten KPIs definiert werden. Die werden in Echtzeit im Backend angepasst. Kann man jederzeit einsehen, wie viele Kontakte, wie ist die Qualität, wie ist der Umsatz, der daraus resultiert und hat da einen sehr, sehr schönen Überblick über die Qualität der Beratung und dem tatsächlichen Impact. Jetzt habe ich mal einige interessante Cases von deutschen Unternehmen, die mit uns länger zusammenarbeiten, um da mal ein paar konkrete Zahlen und Ergebnisse zu nennen. Das ist das Energieunternehmen Intega zum Beispiel. Die sind mittlerweile sehr, sehr fit und schaffen es, was sehr wichtig ist, dass die erste Antwort nach 35 Sekunden im Durchschnitt erreicht wird. Also dem Kunden wird extrem schnell geholfen. Das ist eine überdurchschnittlich hohe Zufriedenheit. 96 Prozent ist sehr gut und sie nutzen über uns eine sehr breite Ansprache, verschiedene Touchpoints, insgesamt sechs Kanälen mit Chat, mit Videoberatung, mit Facebook, WhatsApp. Das ist die Cosmos Direct, eine bekannte Marke aus der Versicherungsbranche. Hier sind ein paar Ergebnisdaten, dass eine durchschnittliche Beratung im Produktumfeld circa 13 Minuten dauert. Sie sind sogar noch schneller, wir schaffen es nach 19 Sekunden bereits auf die Frage des Kunden zu antworten, dem weiterzuhelfen und erreichen eine bewertete Zufriedenheit von 98 Prozent nach einem Chat-Austausch. Das ist ein anderes, sehr spannendes Beispiel. Das ist ein stark finanziertes Start-up im Bereich Do-it-yourself, ein bisschen wie Obi im Online-Umfeld. Das heißt, den ganzen Bedarf für Heimwerker und Handwerker und die nutzen extrem stark unseren Tool an On-Demand-Experten, haben das immer weiter ausgebaut und erreichen mit denen eine Servicezufriedenheit von 91 Prozent und eine extrem starke Conversion von 20 Prozent nach einem Beratungsgespräch mit einem Experten. Ein ganz interessanter Zusatzaspekt ist auch das im Vergleich zu dem Inhouse-Agenten, der externe Experte, der selber Handwerker ist oder gerade sein Haus oder seine Wohnung selber renoviert hat und genau weiß, welche Herausforderungen der Nutzer oder Interessent hat, dass aus dieser Beratung auch ein höherer Warenkorb von durchschnittlich 36 Prozent an mehr Umsatz erzielt wird. Also das lässt sich auch genau messen und zuordnen. Das ist C-Discount, das ist quasi das Mediamarkt Frankreichs, ganz ähnliches Produktportfolio und die sind auch wiederum sehr, sehr stark mit unseren E-Bü-Experten, On-Demand-Experten unterwegs und generieren 17.000 Konversationen mithilfe dieser externen Experten, die wir rekrutieren und die besten für C-Discount finden. Da wird eine Zufriedenheit von 85 Prozent erzielt und es gibt tatsächlich 60 Experten, also ein richtig großer Pool, die parallel für C-Discount im Einsatz sind und aufgeteilt nach verschiedenen Produktkategorien, also sich da auch spezialisiert haben, ob man sich jetzt im Bereich TVs, im Bereich Gaming oder im Bereich Apple-Produkte zum Beispiel besonders gut auskennt, werden die auf diese Produktbereiche zugeteilt und können da wirklich mit sehr tiefem Wissen und Rat den Besuchern helfen. Ja, das mal zu tatsächlichen interessanten Beispielen aus unserem Kundenstamm. Ein anderes Thema ist, was wir auch mit abbilden, ist, Sie zu unterstützen, dass Sie beim Thema Chatbot die Technologie haben und die Hilfestellung, um Konversationen zu automatisieren und Ihren Customer Service noch effizienter zu gestalten. Da ist zum Beispiel das Unternehmen Holland & Barrett, die mit unserer Bot-Technologie gestartet sind, die jetzt bereits 400 Konversationen über den iAdvice Bot abbilden und 60% werden, nachdem sie vorkalifiziert wurden oder nachdem das Anliegen als komplexer herauskristallisiert wurde, dann an einen realen Agenten weiter geroutet und es gibt hier eine durchschnittliche Zufriedenheit von 80%. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir quasi die Schnittstelle schaffen zwischen dem richtigen Experten und der Chatbot-Technologie, damit das Ganze effizient funktioniert, aber dennoch der Fokus auf dem Kunden ist, dass er auch eine optimale Erfahrung hat und entsprechend sein Anliegen auch wirklich gelöst wird. Das ist viel unique im Bereich Kosmetik sehr stark. Hier sind es sogar 7000 Unterhaltungen, die von unserem Bot bearbeitet werden. Da sind 70%, die weitergeleitet werden an den richtigen Produktexperten und es wird eine Konversionsrate von 20% im Durchschnitt erreicht. Ja, das wäre es soweit. Ich hoffe, wir haben einige spannende Inhalte und Impulse mitnehmen können. Bin gerne jetzt noch dafür für Rückfragen und Diskussionen und stehe natürlich auch darüber hinaus gerne zur Verfügung. Hier ist meine E-Mail-Adresse YI-Advice oder gerne auch per Xing oder Twitter erreichbar. Auf E-Mail-Adresse